die dhv news vom 22 januar 2021 julian brüning cdu fordert legalisierung grüne und linke antrag zu nutzhanf und cbd herzlich willkommen bei den dhv news und jetzt mal wieder eine vorbemerkung vorweg amtliches endergebnis unserer spendenaktion dieses jahr vom 1. dezember bis 15 januar wie versprochen jetzt wir haben 149.522 euro von 4041 spendern und neuen mitgliedern bekommen eingesammelt und das ist ein super ergebnis ein neuer rekord mit abstand 40 prozent mehr als im vorjahr unser spendenziel wie immer ergebnis des vorjahres 30 prozent 30 prozent mehr also erheblich überschritten ja super sache ein dickes herzliches dankeschön an alle die sich da beteiligt haben egal ob große oder kleine spende und auch nicht nur für die spenden sondern auch für euer vertrauen möchte ich mich bedanken das steckt ja da auch mit drin in jedem euro den ihr uns zur verfügung stellt dass wir das auch verantwortlich verwalten und für die zwecke der legalisierung einsetzen diesmal speziell für das thema bundestagswahl 2021 in nächsten tagen wenn jetzt hier die preise verlost das eine der elf akkus deswegen habe ich sie hier nochmal hingestellt noch sind sie hier im büro das passiert aber wie gesagt in den nächsten tagen dann werden die gewinner benachrichtigt nochmal gefragt wollt ihr das wirklich haben könnt ihr dann auch noch mal ablehnen es kann also ein bisschen dauern bis der allerletzte preis hier raus ist und alle dann einverstanden waren das zeug bei euch ist und so weiter aber die ersten benachrichtigungen werden jetzt bald rausgehen und das war noch mal eine schöne gelegenheit für mich die edlen spende auch hier noch mal zu erwähnen nämlich die led lampen von sunlight die rolling boxen von der firma der rolling box logischerweise und die vaporizer hier im bild der volcano von strotz und bickel aber es waren auch ein paar andere dabei von verdampft noch mal auch an der stelle vielen dank für das zur verfügung stellen dieser preise ja und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über spenden kommen auch tatsächlich auch nach ende der aktion ständig neue spenden rein auch neue mitglieder die sich anmelden und so die sagen ja aktionen hin oder her ist mir egal ich will euch unterstützen freut uns aber wir lassen euch jetzt erstmal in ruhe mit diesen häufigen spenden aufrufen das machen wir so massiv nur zur weihnachtszeit bis zum 15 ersten habt ein bisschen ruhe bis das ganze wieder losgeht so jetzt politik und titel thema hat sich endlich mal wieder ein mandatsträger der union für die legalisierung von cannabis ausgesprochen nämlich der cdu-mann julian brüning ist mit dieser forderung nach legalisierung in diversen medien zitiert worden und er ist jetzt seit einem guten jahr im landtag in brandenburg und er ist vorsitzender der jungen union in brandenburg und ein grund dafür warum ihnen das wichtig ist cannabis legalisierung ist der strukturwandel in der lausitz weg von der braunkohle alle politiker da überlegen natürlich jetzt okay was können wir machen hier arbeitsplätze brechen weg schwerindustrie sozusagen die dicken backer verschwinden und die leute die sie bedienen haben keine arbeit mehr was machen wir jetzt und brüning vernünftigerweise hat gemerkt cannabis ist ein riesenthema wirtschaftsförderungsthema und dazu passt auch sein besuch bei der firma pure rice die aktiv kohlefilter für handfreunde machen viele kennen sie und die sitzen in der lausitz haben bereits 40 arbeitsplätze geschaffen brüning war da hat das vor ort mal besichtigt da gibt es ein schönes bild von in den sozialen medien und der hatte also keine berührungsängste da hashtag liegeleisit oder so ähnlich hat er dann auch benutzt und ein zweiter grund wieso brüning das jetzt vorbringt ist der bundestagswahlkampf tatsächlich er meint das wird da eine rolle spielen thema cannabis legalisierung wird eine rolle im wahlkampf spielen und deswegen will er frühzeitig jetzt eine diskussion in der union über cannabis legalisierung anregen ja und an der stelle setzen jetzt wieder die ganzen hater ein irgendwie die dann so eine nachricht bei uns in den sozialen medien sehen und kommentare raus rotzen aber von politik keine ahnung haben sozusagen sowas wie glaubt der cdu kein wort die wollen doch nur stimme und nach der wahl ist wieder alles vergessen oder deshalb will ich noch lange nicht die cdu warum teilt ihr sowas ja wir sollen jetzt die cdu wählen oder was also so solche sachen habe ich da massenhaft gelesen also es gibt eine menge leute die nicht unterscheiden können zwischen einer partei und einem einzelnen politiker und wenn wir sowas featuren ist das halt eine wichtige diskussion in der union weil eben sowas selten vorkommt ja deswegen ist es eine nachricht und es geht noch lange nicht darum werbung für die cdu zu machen wenn wir das posten natürlich ist die cdu vorerst unser größtes problem die sind verantwortlich für die misere in der cannabis politik und ich habe schon lange keine cdu landtagsabgeordneten mehr gehört wie brüning die sich für die legalisierung ausgesprochen haben und auch auf bundesebene ist das selten ja die cdu da ist das wirklich ein anfänger thema sozusagen cannabis legalisierung haben die keine ahnung von aber parteien sind eben die summe ihrer zehntausenden bis hunderttausenden mitglieder und so ein großer tanker wie die cdu die schaltet nicht mal eben um auf legalisierung und deswegen hat die cdu auch gar kein interesse daran dass cannabis wahlkampf thema wird weil es ist nicht ihr thema sie sind dagegen und es ist auch sicher nicht unbedingt karriereförderlich für so einen mann wie julian brüning der den mut hat öffentlich gegen die mainstream meiner meinung seiner partei da zu sprechen jedenfalls in der cdu ja spd oder grüne oder so da kann man eher mag auch öffentlich kontrovers das diskutieren bei der cdu schwierig insofern umso mutiger dass brüning das hier gemacht hat meinen dank hat er für die initiative daumen hoch für julian brüning und seine legalis initiative innerhalb der cdu kann man ihm nur viel glück wünschen und dass da tatsächlich eine ernsthafte diskussion jetzt aufkommt in der union bei der jungen union tatsächlich ist das zunehmend schon zu spüren und das cannabis wahlkampf thema wird da werden wir natürlich auch mächtig mit dran schieben und dafür eben wie versprochen auch eure spenden einsetzen schon das ist eine nachricht wert grüne und linke im bundestag haben einen gemeinsamen antrag in den bundestag eingebracht nicht jeder für sich klein klein irgendwie wie sonst sondern gemeinsam voran und die überschrift dieses antrags lautet potenziale des nutzhanfanbaus voll ausschöpfen dabei geht es auch ums thema cbd nutzhanf hat ja von haus aus so wenig thc aber dafür mehr cbd und daraus wird eben dann auch cbd gewonnen in europa was ja der riesen hype ist im moment und so und der wesentliche punkt des antrags dürfte sein dass nutzhanf komplett aus dem betäubungsmittelgesetz herausgenommen werden soll also gar nicht mehr dieser ganzen betäubungsmittelkontrolle unterliegen soll im moment ist ja diese ganze ausnahme für nutzhanf direkt im betäubungsmittelgesetz noch definiert und das soll da raus und zwar mit einer definition von mit bis zu 0,6 prozent thc im nutzhanf anstatt 0,2 da kommen die drauf weil sie aber auch verglichen haben wie sieht diese grenze aus in anderen ländern wir sind halt mit 0,2 ziemlich weit unten unterwegs italien zum beispiel auch eu-mitglied hält sich auch in den eu-sortenkatalog dann logischerweise die haben bis zu 0,6 prozent thc und dem wollen grüne und linke halt folgen oder sie sagen wir brauchen eine neu bewertung der thc grenzwerte in lebensmitteln mit einer sinnvollen risikobewertung ja wo es wirklich darum geht jetzt irgendwelche wirksamen thc dosen in lebensmitteln zu haben das will man natürlich nicht haben aber eben auch nicht so extrem übertrieben niedrige grenzwerte dass die industrie das auch bei nutzhanf kaum einhalten kann weil es halt ja eher im angstbaren ist da könnte noch irgendwie ein molekül thc drin sein weil eben niemandem schadet sicherheit für landwirte und verarbeiter hätten sie gerne und dass cbd produkte mit natürlichem gehalt cbd gehalt kein novel food sein soll nach der eu-verordnung lauter sinnvolle sachen forschung anbau verarbeitung von nutzhanf in deutschland sollen gefördert werden und entsprechend begrüßen das auch unsere kollegen vom bundesverband der cannabisse wirtschaft bvcw die mittlerweile fleißig übrigens am arbeiten sind ja macht spaß zuzugucken wie die grip kriegen in öffentlichkeit und politik die haben noch weitergehende forderung natürlich als das hier in dem antrag drin steht zum beispiel perspektivisch ein prozent thc beim nutzhanf wie in der schweiz zum beispiel das ja auch ist oder in usa jetzt auch ein prozent aber da geht es dann natürlich auch ein bisschen die diskussion auf eu-ebene rein insofern sind 0,6 auf jeden fall wären schon mal ein fortschritt nur natürlich hat dieser oppositionsantrag keine großen große aussicht auf erfolg bei der cdu geführten großen koalition die hier das sagen hat und da bringt jürgen neumeyer unser ex kollege hier beim handverband und jetzt geschäftsführer vom bvcw das schön auf dem punkt in der pressemitteilung zitiere ich mal die initiative der bundestagsfraktionen die linke und bündnis 90 die grünen freut uns doppelt einerseits bringt sie notwendige und wichtige verbesserungsvorschläge für das thema nutzhanf wieder auf die agenda andererseits sind durch die eindeutigen positionierungen der beiden fraktionen bereits mögliche eckpunkte für die im herbst anstehenden koalitionsverhandlungen gelegt das kann der cannabiswirtschaft helfen und damit sind wir wieder beim thema des jahres bundestagswahl bundestagswahl 2021 das kann ein game changer werden initiativen bis dahin werden im prinzip vor die wand laufen aber wenn sich die parteien jetzt schon positionieren die möglicherweise grüne an der bundesregierung nach der wahl beteiligt sind jetzt schon sagen okay wir wollen genau das und das und das dann gehen sie damit eben auch in die koalitionsverhandlungen und das kann nur gut sein noch ein blick in die schweiz da ist es jetzt endlich soweit ich habe hier schon ja viel darüber berichtet schweizer politik ist für mich ja manchmal auch ein bisschen undurchsichtig sozusagen schwer zu durchschauen umgekehrt vielleicht genauso irgendwie schweizer die nach deutschland blicken keine ahnung ich habe hier schon ewig berichtet über die bemühungen schweizer städte ein modellprojekt zur cannabis abgabe durchzuführen prinzip genau die gleiche debatte wie in deutschland wo wir städte haben wie berlin düsseldorf münster bremen die alle kommunales cannabis modellprojekt ausprobieren wollen legalisierung im mini labor paar hundert paar tausend teilnehmer wo man guckt okay unter welchen bedingungen funktioniert es am besten wie ist das schadensfrei sozusagen wie können die vorurteile gehoben werden ohne neue nachteile zu produzieren der unterschied ist nur in deutschland ist die regierung strikt dagegen und ja blockiert im prinzip alle bemühungen in die richtung bundesrecht steht in beiden fällen dagegen ja man kann sich auf bundesrecht berufen bundesbehörden können sich auf bundesrecht berufen wenn sie es ablehnen wollen der unterschied ist nur in der schweiz ist die regierung für diese versuche und hat entsprechend auch gesetzänderungen angestoßen um das möglich zu machen und wird schon lange diskutiert und beschlossen und so weiter und dann ist halt die frage wann tritt das ganze jetzt endlich in kraft endgültig beschlossen im parlament wo das neue gesetz nämlich schon ende des jahres letztes jahr da habe ich auch hier mal darüber berichtet von wegen heißt der beschluss jetzt da aber in der schweiz gibt es dann danach noch eine frist für ein referendum ein mögliches gegen das gesetz schön basisdemokratische bürger können mal sagen blödes parlament wollen wir nicht haben sie aber nicht die frist ist abgelaufen es gibt kein referendum gegen das gesetz und damit ist es eben jetzt tatsächlich in kraft und fällig und schluss aus kann nichts mehr passieren in der schweiz sind kommunale cannabis modellprojekte jetzt offiziell möglich und können beantragt werden und genau das werden jetzt zürich bern genf und basel wohl auch bald tun die haben ihre alten anträge noch in der schublade sozusagen vielleicht schrauben sie noch ein bisschen in den details rum aber wird jetzt nicht ewig dauern und dann muss das ganze wieder durch die gremien und genehmigt werden und so weiter also dauert dann immer noch ein bisschen aber im grunde kann es nächstes jahr 2022 dann tatsächlich losgehen mit der legalen abgabe versuchsweisen abgabe von cannabis an paar tausend schweizer handfreunde da können wir nur neidisch hingucken und hoffen dass bei uns auch endlich mal vorwärts geht vielleicht sogar ohne modellprojekte dann irgendwann wenn wir noch lange zögern brauchen wir die nicht mehr dann legalisieren wir lieber gleich der sowieso besser ja aber so als zwischenschritt okay immerhin ist es ein wesentlicher schritt und damit komme ich jetzt zu den terminen drei stück ortsgruppen dhv einmal trifft sich die gruppe in koblenz am 24 januar online genauso 26 januar die gruppe in rhein-neckar und in hamburg beide 26 januar online treffen wer lust hat ein bisschen mitzumischen aktiv zu werden die leute schon mal kennenzulernen die in einem halben jahr oder weiß ich waren dann auch wieder mal persönlich zu sehen sind und die dann richtig kennenzulernen however macht mit mischt mit mischt euch ein für eine möglichst baldige legalisierung und damit bin ich fertig für heute liked dieses video abonniert diesen kanal drückt die glocke ganz freundlich und damit wünsche ich euch noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend und dann Vielen Dank.